Der Moment ist Utsville der beste Team, wenn jeder Spieler das Beste spielt, dann ist Utsville der beste Team. Das Ziel ist in die Playoffs zu kommen und wenn wir auf dem ersten Platz sind, umso besser. Wir werden aber in der zweiten Saisonhälfte noch einmal Gas geben müssen. Wir sind ein gutes Team, verstehen uns alle sehr gut. Ich glaube, wir haben sehr starke Einzeln. Wir hatten harte Matches. Das heisst, es kann noch vieles passieren in der zweiten Saisonhälfte. Man weiss auch nicht, wie sich die anderen Klubs noch einmal verstärken werden. Aber wir werden natürlich alles geben, damit wir vorne mitheben können. Ja, die Playoffs, glaube ich, schaffen wir 100 Prozent. Bei Meistertiteln weiß man nie, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, es zu gewinnen. Ein Eingang Eine Bestimmung Ein Eingang Ein Eingang Ein Eingang Ein Eingang Ein Eingang Bist